Hallöschön Unfähig und Willkommen zu diesem Douglas & Dragon, der uns angreifen wird. Wir spielen eine Runde auf Mindplex Mario Party zusammen mit Balooey. Du bist Unfähig. Ah, warte, das ist A. Nein, 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 das darf nie wahr sein. Jump ran, Balooey, jump ran, jump ran. Ja, ich dachte, das wäre ein anderes Spiel. Entschuldigung. Jump ran, lebst du noch? Nein. Ja, noch, 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 ja. Und du? Verdammt. Ich voll idiot, ich bin nicht mal dran rumgelaufen. Bist du auch tot? Nee, noch nicht. Komm, wir mal in diese einen Stelle nicht durch. Scheiße. Okay, dann muss Balooey weit hinten sein. Den suchen wir mal. Warte mal, wer ist weitergekommen? Ich bin weitergekommen als du, guck. Wo warst du denn? Nein, scheiße, du bist ein paar Millimeter weitergekommen als ich. Hä, wie kommst du denn da rauf? Da rechts am Rand ist da eine Score. Ja, du bist sieben. Da stehen wir beide nebeneinander. Du bist sieben, ich bin sechs. Achso, stimmt, ja. Ja, aber Glück gehabt. Nein, du bist sieben, ich bin sechs. Andersrum. Na, ja, mein ich ja. Verwirr mich. Verwirr mich. Du bist unfähig. So, Balooey, ne? Der, das ist dieser Typ, dieser, dieser Typ, der damals, ähm, ich erkläre euch jetzt mal, wer Balooey ist. Warte mal, meinst du, deine Zuschauer wissen nicht mehr, wer ich bin? Ja, ähm, das ist der Typ, der damals hingegangen ist und ihr kennt ja Smeltery, ne, hier die Schmelze hier in Minecraft, in Tinkers Construct. Gut, dass du das nicht mal richtig aussprechen kannst. Tinkers Construct. Ja, ja, du mich auch. Oh, scheiße, der hat einen Jumper kackt. Ich hätte das andermal gesehen. Ähm, naja, der halt, ähm, der halt, ja, die ganzen Sachen enthält, wenn man sie schmelzen tut, die Eisen, wie... Ach, Jungschen, jetzt macht doch zu Ende. Oh, regt der mich auf. Der halt, naja, sind halt alle Sachen drin. Kennt ihr ja, wie eine Schmelze funktioniert. Und Balooey hat halt den Controller abgebaut und wenn man den Controller abbaut, dann ist halt vorbei. Dann ist halt alles weg. Dann ist halt alles weg. Und der hat es zweimal gemacht. Falle richtig. Ich konnte bei beiden Malen nichts dafür. Du konntest was dafür. Nein. Das erste Mal hast du gesagt, was passiert eigentlich, wenn man die Smeltery Controller abbaut, kann man den abbauen? Ja. Oh, ne, hm, keine Ahnung, ist immer noch. Oh, cool. Ist das ein Bug? Ah, du hast ihn abgebaut, alles ist weg. Nein, nein, ich gebe mich im Kellerschirm, nein. Und dann hat man sich da runter... Das war aber nur beim ersten Mal. Das war nur beim ersten Mal, beim zweiten Mal war das nicht mehr so schlimm. So, beim zweiten Mal war es genauso schön, weil da immer noch ganz viele andere waren. Ja, aber da konnte ich nichts für. Gar nichts. Das habe ich nicht geschleppt, ich weiß es gar nicht. Äh, äh, äh... Wie, da hat einer einen Megakill mit fünf. Wieso geht der denn hier so ab? Das frage ich mich aber auch gerade. Wir haben anscheinend einen dabei, der richtig gut ist. Warum? Der konnte... Der hat mich in der Luft, während er in der Luft war, abgeballert. Was? Oh. Komm her, Bitches! Nein, man spielt nicht. Wieso können die alle so viel springen? Wollen die mich verarschen? Den habe ich. Den habe ich. Geht doch alle sterben. Walu, ich sterbe! Ha! Du Arsch! Das... Ich hab... Das war gemein. Oh, daneben. Das habe ich nie gehabt. Habe ich. Komm her! Ich hole dich noch mal! Oh, ich muss besser sein als Oli Boy. Ich muss besser sein als Oli Boy. Alles andere zählt nicht. Ich muss besser sein als Oli Boy. Ich muss besser sein als Oli Boy. Ich muss besser sein als Oli Boy. Ich hab sie voll getroffen. Ah, scheiße! Fuck! Wurz irgendwo in einem verne... Was? Wie hat der mich denn getroffen? Der hat nicht mal auf mich gezielt! Der schlankt ja noch neben dir. Boah! Nein, was mach ich denn da, ich voll idiot! Äh... Scheiße! Hallo, komm her! Warum kann der denn so viel schießen? Der hat ein Maschinengewehr als Bogen. Das ist ja unfair! Das seh ich gar nicht ein! Walu, komm zurück! Komm du doch her! Boah! Die lecken aber auch manchmal hier rum, diese Cheater. Jetzt sterben! Nein, aber ich bin dritter! Was? Wie kannst du ein dritter sein? Du verarscht mich, oder? Nein! Walu! Und tot! Du Arsch! Hab dich nicht gesehen! Ich hab mich auf was ganz anderes konzentriert! Ich werd jetzt erster! Du wirst gar nichts! Letzter wirst du! Ja, getroffen! Nein, halt! Das war ich nicht! Das war... Aber ich bin dritter! Ich bin dritter! Haha! Ah, ich bin siebter! War eine Art dran an 3? Ja, auf jeden Fall! Balu, erzähl mal! Warum warst du so lange weg? Du warst ja weg! Wie weg? Ja, weg, weg! Ja, wir haben halt einfach lange nichts zusammen gemacht! Wir hatten keine Projekte zusammen! Und ich hatte halt einen mega großen Umzug! Mit Miri zusammen sind wir zusammengezogen! Und äh... Wir vor allen Dingen! Also ich bin mit Miri zusammengezogen! Erli nicht! Ähm... Und da gab's halt einfach... Sau viel zu tun! Und dann hatte ich Wasserschaden im Haus! Und das Internet von Unity Media kam auch nicht pünktlich! Und äh... Muss ich noch mehr erzählen? Ah, da kennst du ja gar nicht hier! Balu, bist du lebender oder bist du fliegst in der Luft? Ich bin ein lebender! Okay, pass auf! Ähm... Wir sind Whizzer und... Ich kenn das! Achso, das kennst du schon! Ja, ich kenn das, aber... Wunderschool... Reacher... Was ist das? Das Problem ist, hier kann man sich so schlecht verstecken, ey! Man hat... Diese blöden Whizzer haben halt so'n... Man muss halt 5 Minuten überleben als Human! Das ist fast unmöglich! Ja, das ist möglich! Ich glaube, als Mensch habe ich hier noch nie jemanden überleben sehen! Wir haben das jetzt mit Niko gespielt! Niko spielt sowas auch? Ja! Ich dachte, der hasst Minecraft! Mh... Das geht eigentlich! Das hat mit Niko gespielt! Ähm... Und äh... Niko war eigentlich ganz gut unterwegs! Er hat sich halt die ganze Zeit versteckt! Ich dachte, er wäre die ganze Zeit schon tot gewesen! Und dann hat er mich total verarscht! Oh! Bist du ein Witter? Ja! Ja! Dann such mich erst mal! Kann ich eigentlich Whizzer abschließen? Meiner Freundchen! Und ich habe ihn getroredet! Getroredet? Ich habe ihn getroredet! Ich weiß noch nicht, wann man sprinten kann! Hast du da Ahnung von? Nein! Hab ich nicht! Der Freund! Da sind zwei! Wie ist das? Boah, Alter! Bam! Zwei Kills gemacht! Äh... Kann ich den Whizzer nicht töten? Balu? Balu, ich bin hinter dir! Schnauze! Hier! Fress meine! Fress die Sklaven! Fress die! Los! Komm her, Balu! Verpiss dich! Du Arsch! Lass mich! Komm zu mir! Nein! Wir haben Balu aus den Augen verloren! Das geht nicht! Hinterher! Wird er das? Wird er sein? Warum kann ich ihn nicht sprinten? Warum kann ich ihn nicht sprinten? Bin ich zu tief? Ach so, ich bin zu tief! Ich schaffe es! Rette alle! Da! Holt sie euch! Holt sie euch! Nein! Warum sind die alle hinter... Oh, mir her! Komm schon! Ich habe dann den nicht... Ich habe zwei Leute wiederbelebt, ja? Das muss ja wohl was wert sein! Wir leben noch drei menschliche Spieler! Wow! Ich sage doch als Wizard... Du bist halt einfach voll... OP! Ja, es gibt vielleicht einfach zu viele Wizard! Ja, ich weiß nicht! Das müsste man echt anders begrenzen! Aber die Map ist ja jetzt auch nicht so klein, ne? Du habt ja einen... Einen Tracker, um... Um Leute zu finden! Was das schon wie es ist? Bam! Zwei Leben noch! Wo ist der? Wo bist du? Ich habe einen Einsehen... Ich verstehe den Tracker nicht! Ne, doch nicht! Wie, du verstehst den Tracker nicht! Der sagt dir die Distanz bis zum nächsten Gegner! Also ich bin außerhalb, so! Ich habe mich aber rausgepackt! Ich habe mich aber rausgepackt! Achso! Kann ich nicht nach irgendwen suchen? Ledged Arrow! Man müsste euch als Wizard noch behindern, denn wenn man euch umbringen könnte, wer begeistert sind oder so ein Quatsch! Das ist ja lustig! Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss! Ich finde die nicht! Ja, guck doch auf deinem Tracker! Da müsste irgendwo der nächste Spieler stehen! Wo? Wo soll er denn stehen? Der zeigt sich nicht so einfach an! Draußen ist der! Moment, was? Da hinten! Ja, aber wieso konnte ich denn... Ich verstehe das nicht! Ja, da hast du das nicht verstehen! So! Einer lässt sich! Ja, siehst du, hast du noch erwischt! Was willst du denn? Ich wäre auch lieber ein Wizard! Hier bin ich nur unnütz! Guck nur zu! Voll langweilig! Bam! Ja! Toll! Wie viele Kids ich gemacht habe, dann steht hier nicht! Gar keinen! Doch, kriegst jetzt am Ende! Das ergibt dann deine Punkte! Wie toll du warst! Das steht hier aber nicht! Ich habe Games gekriegt, damit ich Alice wiederbelebt habe! Da müsste es stehen, wie viele Kids ich gemacht habe! Sechs Human Stunt! Also sechs Leute habe ich getötet, ja! Ja! Cool! Coole Ding! Und man, ich wollte doch so viele Gadgets hier wieder mal ausnutzen hier! Gadgets? Ja, Partikel-Effekte und Co! Ich bin ja Hero! Wieso hast du hier Hero? Habe ich mir gekauft! Oh! Okay! Das ist das beste Map! Beste, beste, bestes Spiel! Was ist das? Mold Battle! Das ist cool! Dein ist Building Time! Ich habe mir gedacht damals, weißt du scheiß drauf, ich habe so viele Videos hier auf Mindplex aufgenommen und habe hier so viel Spaß und ich verdiene ja was durch YouTube! Das ist ja kein Geheimnis! Und dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, weißt du, du hast auf diesem Server schon so viel gespielt und du verdienst ja mit dem Videos Geld! Du gehst einfach hin und holst jetzt den Hero Rank und unterstützt den Server damit! Weil es ist ja Geld, was ich halt durch diesen Server auch verdient habe! Deswegen warum nicht! Okay! Und was kostet der Hero Rank? 100 Euro! 100 Euro kostet Hero Rank! Ja, aber ich halte halt nicht auf Lebenszeit! Ja, ja! Und man kann halt relativ... Ich finde den Server eigentlich halt relativ cool, deswegen... Ist auch cool, aber ich finde, die haben halt in letzter Zeit nicht so wirklich viele Neuerungen gebracht, was ich eigentlich mal erhofft hatte! Au! Weil irgendwie mit Spielen, neue Spiele kommen da selten zu! Die machen mal ein paar neue Maps oder so, aber sonst... Das entwickelt sich nicht weiter! Oh, dieser Typ steht in mir drin, deswegen mache ich keine Kills! Ach, da drüben ist... Ah, ich hab Balloui gekillt! Nein, ich finde das Feuer! Scheiße! Ich finde den runtergefallen, die scheiß Lama! Und wie? Und wie? Aber die sind bei uns cool, der ist cool! Das ist auch die letzte Runde, wie ich gerade zeitlich sehe! Sicher? Ja! Wir sind schon bei 11 Minuten! Die Zeit vergeht wie im Flug! Boah, das ist Balloui und der ist jetzt tot! Ah! Ich war um die Ecke gelaufen, du Arsch! Ich stand an der Seite! Du stand an der Seite! Du stand nicht mehr in deiner Nähe! Achst du auch nicht, ich hab dich über die komplette Beppe schossen! Ich stand bei uns... Nein, aber er ist schon wieder in der Lama gefallen! Wieso? Na ja, okay, euer Team verliert einfach, weil du ständig in Lava springst! Daran liegt es! Warum nicht dieses... Dieses Texture Pack, was einem anzeigt, wie stark der Bogen gespannt ist, ey! Habe ich ihn erwischt? Nein, habe ich nicht! So eine Scheiße! Ich muss jetzt mal umrüsten! Ich muss jetzt hier! Dann kommt die Building Time! Kommt gleich! Okay, deswegen muss ich... Building Time! Gleich kommt Building Time! Gleich kommt Building Time! Sieben Sekunden! Ja! Ich hab irgendwen getroffen! Oh, ihr habt da einen... Nein! Was? Genau, als ich Early, wo ich fast hätte treffen müssen! So knapp! Hallo, Malui! Hat mich schon im Fahnenkreuz! Hallo, unfähiger! So, Malui, komm mal her! Ja, hier! Building Time! 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 Der Arsch! Und jetzt hab ich dich umgenietet! Nein, hab ich dich! Oder auch nicht! Doch, hab ich! Nein, hast du immer noch nicht! Den Typ hinter dir hab ich! Nein! Was soll das denn? Jetzt hab ich dich! Auch nicht! Meine ich jetzt hier! So! Und, äh... Kann ich kriegen! Ja! Wenn ich König von Balui wär! Und wieder wen erwischt von euch! Dein Ding ist aber unfähig! Ja, das ist halt... Das ist halt so! Kann mal passieren! Kann mal passieren! Was jetzt? Ich hab keine Pfeile mehr! Wieso hab ich keine Pfeile mehr? Gib mir Pfeile! Hallo! Boah! Weil ich keine Pfeile mehr hatte! Nur deswegen! So ein Kack! Räum grad auf Balui! Ich merk's! Du wirst du keine Pfeile mehr hast! Nein! Ich hab noch genug Pfeile! Leute! Ihr müsst weitermachen! Ihr müsst das schaffen! Los! Power overwhelming! Fuck! Da bin ich ja voll reingerannt! Schnell! 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 Lauf ich jetzt hier runter! Diese Map ist scheiße! Fall ich jetzt hier runter! Bin noch nie hier runter gefallen! Oh! Man sollte ja nicht... Autsch! Der kann gleichzeitig sprinten und... Was soll das denn? Spinning time! Building building time! Der Typ kann gleichzeitig sprinten und schießen! Das sieht nicht gut aus! Irgendwie verliere ich das wohl! Sich daran! Normalerweise spiele ich das hier immer mit Miriam! Die ist ziemlich gut da drin! Ich nicht! Hey Mr. Unfähig! Tschüss! Was denn? Du bist tot! Ich lebe nicht! Ich bin nicht gestorben! Wer rennt denn da in mich rein? Meine Güte! Oh oh! Du hast gerade dein komplettes Team weg! Ja ich sehe es! Das ist nicht gut! Und die nächste... Wo bist du Idiot? Da bin ich! Da bin ich Balu! Ha! Und tot! Nein! Das ist der building time! Oder wieso baut der da einfach während wir kämpfen? Können die Leute mal aufhören immer vorein zu stehen? Nein! Wer du? Nein du! Wer du? Du! Du! Ich habe nur den... Du! Jetzt doch! Scheiße! Kommt schon Leute! Jetzt gebt doch mal euer Bestes! Mann hörte mal auf jetzt! Jetzt macht doch mal Early Boy weg! Der kann doch nichts! Nein mach mal Louis weg! So jetzt ist Louis wieder weg! Scheiße! Ich bin nach links gelaufen! Du hättest mich gar nicht treffen können! Das habe ich aber! Siehst du doch! Das ist doch mal ein langer Kampf! Ich glaube wir beiden sind hier die Besten! Hahaha! Das gibt es nicht! Boah Louis ist auf jeden Fall nicht der Beste! Wie kannst du mich denn in der Base treffen? Du Arsch! Hahaha! Das war schön! Das war schön! Ist das lustig? Ha! Ha! Arsch! Nein! Warum stehe ich? Mal! Ja! Ich habe das alles so schön aufgebaut! Ich habe es gesehen! Das war wirklich sehr sehr herrlich zu sehen! Stimmt da hinten! Kommt schon Leute! Kommt schon! Vor allen Dingen Early Boy fokussieren! Alle auf Early Boy! Wir gewinnen das! 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 Ja es sieht gut aus für uns! Ich habe schon gesehen wie weit wir bei euch sind! Aus dem Nichts! Was ist denn mit dem? Der kann in der Herzen rennen und springen während... Der hackt doch Leute! Ja ja! Alle die Investoren der Early Boy hacken! Nein ohne Scheiß! Der kann springen und sprinten während er den Bogen spannt! Der hat den Bogen gespannt! Komplett! Guck! Der hat den Weg der vor dir läuft! Der hat den Bogen gespannt und rennt dir durch die Gegend! Der hackt definitiv! Guck mal wer gewonnen hat! 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 Dein unfähiges Team hat verloren! Egal Leute! Wenn es euch gefallen gibt trotzdem ein Däumchen nach oben! Ja! Wenn ihr mal wieder mehr mit Baloui sehen wollt! Ich habe 17 Kills gemacht ne? Ich finde die Leute in der Beschreibung! Ist mir egal wie viele Kills! Ich habe 34 gemacht Baloui! 34 Kills! Okay! So und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Runde! Tschüss! 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 Tschüss!